Wo, wo, wo? Oh, oh. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber ich weiß, was was bringt. Und das ist, diesen Viechern einen in die Fresse zu schießen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Was, Koloss? Wo? Los! Schmeckt das, ihr Alien-Bastarde! Er ist tot. Er ist tot. Nein, er ist nicht tot. Er lebt noch. Hier! Mann, ich schieße doch in den Kopf. Oh, oh. Er ist tot. Ja, das ist schön, dass er tot ist. Wir sind gleich auch tot, wenn das hier so weitergeht. Moment, das hilft ja gar nichts. Oh, oh. Oh, oh. Los, schieß drauf, schieß drauf! Leute, wo seid ihr denn? Ich bin überraschend. Und das ist auch noch sein richtiger Körper, oder was? Los, 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 los. Oh, Gott. Ja, dann behalt euch mal hier. Lauf, 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 lauf. Das sind so viele, verdammt! Scheiße! Wir kommen ja auch gar nicht raus, oder was? Nein, 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 nein. Zentrale, hier ist Chino. Wir haben es fast geschafft. Passen Sie auf. Ich sehe Kampfschiffe, die zu Ihnen unterwegs sind. Verstanden, Chino. Ihr habt ihn gehört. Bereit machen, Leute! Alcatraz, ich fürchte, durch die Eskalation der Ereignisse entgleitet mir das Ganze. Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore, gibt ihr auf Nano-Ebene eine neue Funktion, baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und ihr, der Ceph. Aber wir brauchen mehr Zeit. Gehen Sie mit den Marines und tun Sie, was Sie können. Ich habe Sie nicht im Stich gelassen, Alcatraz. Aber wir müssen jetzt alle kämpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Was? Moment, ich nehme es wieder. Was auch immer das ist. Ha, soll ich mal schießen? Wow. Okay, das scheint eine etwas mächtigere Waffe zu sein. Lebt er da hinten noch? Ja. Er überlebt das auch die ganze Zeit. Verdammt. Wo ist er? Na los, stirb du! Bastard-Alien-Ding. Der ist etwas größer, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal zu den Marines. Was ist denn zu den Marines? Oh, scheiße. Die sind hier oben. Achtung, auf den U-Bahn steht. Volus, erledigen Sie. Ja, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh Gott. Was ist das denn schon wieder? Granatenwerfer? Oh, ja. Beschissener Granatenwerfer. Oh, warte mal. Ich habe getroffen. Oh nein. Nein! Oh, das, das tust du nicht nochmal. Ähm, glaube ich. Willst du mich verarschen oder was? Hier! Lass meine Kollegen in Ruhe. Komm, noch mehr? Sammeln! Alle zu mir! Komm nach oben! Elke, Trash, durchhalten! Geh in Deckung! Wir sind unterwegs! Schon klar, hier war irgendwo Raketenwerfer. Was ist das? Hm? Das sind Aliens. Miese, dreckige Aliens. Wo ist das Mord? Wo habe ich das Ding weggeworfen? Verdammt! Schmeckt doch das! Heilige Scheiße! Ich brauche... Nein, hier nicht. Ach, komm! Schießen wir das Ding so ab, Mann. Ach, was machst du denn da vorne? Willst du dich im Nahkampf versuchen oder was? So nicht! Was? Was, was, was? Geh in Deckung! Kommt nach oben! Landungsschiff! Wo? Das sah nicht gut aus. Wo ist er? Oh, da! Ja! Heilige Scheiße! Nein, schon wieder so einer! Ist nicht wahr, ist nicht wahr! Die mit ihrem beschissenen Schild! Raus und verkehrt uns! Hier rüber! Wir wollen jetzt erstmal hier ein bisschen... Wo kommen die denn her? Ach, der! Lauf nicht weg! Oh, oh! Smurf! 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 Wo ist es, wo ich es wohl ist? Oh, da ist er! Schmeckt das, du Riesenbaby! Na, schmeckt das! Ja! Hahaha! Was? Was? Schmeckt das! Äh, hab ich getroffen? Hab ich einen Raketen, Papa? Wieso kann das Ding nicht einfach kaputt gehen? Das hat so keinen Sinn, das hat so keinen Sinn. Geh in Deckung! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ob das hilft? Ich weiß nicht. Super! Jetzt rennt er wieder weg. Da ist er wieder. Wir haben ihn tatsächlich, äh, für sie. Ja, ja, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Mein Gott. Nur nicht so hackt. Was zur Hölle? Ich will das Ding... Ach, egal. So. Ja, ich komm ja schon. Ach. Ach, Shilo, ey. Hast du die Augen nach links und nach rechts? Ich wollte schon sagen. Schön, dass sie es geschafft haben. Ich glaube, wir können... Ich glaube, wir können Ihnen vertrauen. Wartet doch auf mich, Mann. Wartet doch auf mich, Mann. Nicht so schnell. Mein Gott. Okay, okay. Hier in den Tunnel hinein. Alles klar. Alles klar. Das Hargreaves-Rash-Gebäude. Aber der Haupteingang ist wegen Schutt unpassierbar und das Gebäude ist abgeriegelt. Die Sicherheitssysteme zeigen, dass die Parkebenen zumindest teilweise nicht abgeriegelt sind. Und von dort aus sollten sie bis ins Erdgeschoss raufkommen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel oben im elften Stock. Es gibt im Moment zwar keinen Zugang zu Aufzug und Treppenhaus, aber am Sicherheitspult in der Lobby können sie einen Systemneustart veranlassen. Sie müssen sich beeilen. Ach, du Scheiße. Er hat uns also damit gesagt, dass wir jetzt in ein Gebäude reingehen sollen, in dem eigentlich das total von Aliens besucht wird und dazu noch, ja, diese ganze Erdbebenzeug da stattfindet und die Abrissarbeiten der Aliens. Warum steht das Gebäude überhaupt noch? Pah, okay. Du kannst die Nanosuite-Upgrades jederzeit auswechseln, um dich neuen Situationen anzupassen. Schade, nur, dass man nicht genug DNA reinpacken kann. Eigentlich sollte der Anzug ja alles haben können, tun können. Ja, ja, bin ja auf dem Weg. Das Hardwave-Rash-Gebäude ist gleich hier entlang. Langsam, aber stetig, Leute. Los. Infiltriere das Hardwave-Rash-Gebäude. Folge Gino. Gino. Na. Gleich mal ein bisschen mehr hier. Ich soll nämlich euch folgen. Kommt nach oben! Landungsschiff! Lässt er welche fallen? Was? Wartet, das sind... Moment, ich glaube, ich habe den Falschen abgeschossen. Ja, ich habe den Falschen abgeschossen. Nein! Alle Ziele eliminiert! Hm. Wieso sollten die noch gegen uns sein? Das war, glaube ich, doof von mir. Der hätte uns wahrscheinlich nützlich sein können. Verdammt! Tut mir leid, mein Freund. Das war nicht extra. Hm? Na, schoss mich nicht. Das Ding brauchen wir auf sicher nicht. Aber das Ding sieht nach schönen PKM aus. Also, das ist auch... Besorgen Sie sich Feuerkraft. Die werden Sie brauchen. Ich habe Feuerkraft. Ganz viel. Tarnfeld aktiviert. Die kann ich auch einsetzen. Habe ich kein Problem mit. Hier sind Schmetterlinge. Mein Gott, was ist das nur für eine Gegend hier. Sieht gut aus. Hier scheint niemand zu sein, Leute. Weiter, weiter. Los, los. Ich wechsle jetzt erst mal auf die normale Waffe. Oh, fuck. Das Gebäude ist abgeriegelt. Sie müssen sich einen Weg durch die Parkgarage freisprengen. Die Bio-Protokoll-Proben befinden sich im Forschungsflügel im 11. Stock. Sie müssen durch die Lobby rauf. Ja, okay. Alles schön und gut, aber... Ich nutze das BMT-Geschütz, um die Sicherheitsstüren aufzuschießen. Tarnfeld aktiviert. BMT-Geschütz. Ist das jetzt der Kopf, der... Alles klar. Ziele sind weg. Alles klar. Alles okay. Falscher Alarm. Was? Was, 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 was? Ah, dort. Nein, ich unterstütze meine Kollegen. Sterbt. Wow. Wo? Ach, da. Hm? Wo kam das her? Hä? Da scheint jemand bei meinen Kollegen zu sein. Verdammt. Ja. Na komm. Schmeckt das.